So, willkommen zu einer neuen Runde. Bälle wie viel früher? Marco? Geil, so. Dritte Runde, aus meiner Sicht. Oh ne, nicht heinen. Oh man. Weißt du, ich rede und rede und bin einfach auf stumm aus irgendeinem Grund. Oh ne, moinsens. Heinen am Resort. Nicht Heinen am Resort. So. So, Ace-Fünf-Zwei, C, Q, B. Warum schreibt mir denn jetzt jemand? Weißt du, ich... Nein, das geht nicht nichts an, was ich gerade mache. Ja, das können wir nicht tun, das kann ich ja eh zurückschreiben. Mein Gott. Gegner! Jetzt wird wiederbelebt, wiederbelebt, wiederbelebt. Oh, MrSpex.de Kebung. Wir sind geboren, um zu leben. Kommt der Zau? Keine Ahnung. Der Typ ist voll... Der Typ ist nur außer dir auf dem Foto. Er hat voll einen seltsamen Bart gehabt, glaube ich, der unheilig. Ja, irgendwie so Dreiecke. Du hast gesehen. Hinter dir. Ich brauche abholen, ich brauche Munition, Alter. Hinter dir! Hinter mir? Wieso? Knockerlocker, MC. Und was war das gerade für ein Name? Ach, du bist ein Tod. Ich habe schon den WM-Song gehört. Den was für einen Song? Den WM-Song. Wollen Sie sagen, finden Sie ein Vibe oder was? Ja, ja. Oh, nee. Das ist so schlecht. Das ist so scheiße. Ich fand das bei... War das good to know oder so? Ja, das kann sein. Dachte so, komm. Das muss ich jetzt geben. Das ist so ein Kack einfach. Das größte Kack, was es gibt. Das sind die typischen Dschungelgewinner. Dann gewinnen die Dschungel, dann machen die irgendwas. Dann kriegen sie nichts mehr und dann brauchen die irgendwas. Ey, wo ist es hier wieder? Wieso leckt es? Du hast einen Gegner. Es hat geleckt. Es hat einfach... Ein anderes Spiel, Mann. Das ist doch Kacke. Heinrich, sprach die Frau Mama. Ich bin fett und du bist bar. Und jetzt kommen wir zum Tipp der Woche. King von Kollegah. Ey, da muss ich nachladen. Ich glaube, ich blöde nicht hier. Ich empfehle euch wirklich, holt euch King von Kollegah. Ich habe das bei Spotify. Hat er mal reingehört. Und es geht schon gut ab. Ich kaufe mir das morgen auch. Ah, lecker schmecker. Wie das das? Ich weiß nicht, weiß nicht. Ja, jump hier. Ja, was? Was? Ey, nee. Ich muss mir morgen irgendwie was anderes holen. Ich habe einfach... Kein Bock mehr. Also Bock habe ich eigentlich schon, aber... Dieses Spiel macht das nicht möglich. Also ich bin der Überking und habe einen 9 zu 3. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich bin's. Ich bin's. Nein. Wo? Guck mal, da ist so... Da ist so ein anderer Gegner. Wieso... Wieso ich? Hast du die Gewinnerin oder das Gewinnerding von... Ich glaube, das war Eurovision Song Contest gewonnen. Nee. Gewonnen. Hast du gewonnen? Das ist irgendwie so... Also es hat Titten. Hat aber ein Männergesicht und ein Bart. Ah, doch. Das war bei NTV. Ja, und es hat eine Vagina irgendwie. Ich weiß aber nicht. Was für ein Land? Friedenland, glaube ich. Ach, okay. Hauptsache nicht hier. Diesen schönen Land. Ich habe Angst, mich festzulegen, was es letztendlich ist. Und... Naja. Das ist wie dieser Klöckler. Ja, genau sowas. Noch eine Stufe Ekelhaft. Nee, Alter. Ich kann euch empfehlen, im Bauhaus gibt es Klöckler-Tapete. Das ist so eine Kacke. Kauft so eine Kacke dann schon. Harald Klöckler-Tapete. Die alten Grannys gehen damit an. Also ich habe die alte Klöckler-Tapete gekauft, die war im Eindruck. Ist der da hinter der Couch, Alter. 399! Ja, ja. Harregg! Oh Gott, war das schlecht. Jürgen, Mr. Speck, ich habe ihn gerade gekillt. Der geht mir so oft nach. Wo? Jetzt war nicht, wo der Schuss gerade herkommt. So, wir haben den Eort-Bot frei. Gehen wir gleich mal mit auf Tour. Klebt so eine Küste. Wir sind am Verlieren gerade, das ist traurige. Küste schwebt einfach. Weißt du, das ist Battlefield 4. Das ist einfach noch in der Alpha. Ich hasse, wenn du einen tötest und er tötet einen. Das regt mich so auf. Meinst du, er tötet dich dann? Ja, ja. Du tötest den und der tötet dich. Der tötet dich. Alpha Black. Der tötet dich dann einfach. Boah, Junge. Die Metas, ne? Die haben jetzt gestrichen. Junge, jetzt geht es jetzt richtig los, Marco. Jetzt haben sie nach einem halben Jahr angefangen zu streichen. Die sind doch behindert im Kopf, Alter. Was geil ist, die streichen nicht innen, die streichen außen. Das Haus. Ja, und wenn die neben mir wohnen würden, hätte die schon lange alle abgestochen. Nee, Junge, ich würde mir das nicht geben. Musst du dir mal reinziehen, das sieht so scheiße aus, einfach. Das sind einfach die größten Untermenschen, diese Typen. Die müssen eigentlich auspeitschen. Servicer, ich wollte den gerade mal sagen. Ja, ich habe hier schon mal da. Guck mal hier, guck mal da. Hab dich. Du bist. Das hat keinen Sinn. Und allen möglichen Scheiß hier für die Ace-5-2-CQB freigeschaltet. Und sehr okay. Das ist der Specs. Und mein Internet Explorer geht wieder. Auf Xbox? Ja. Kein Plan, wieso. Aber gestern am Market, dann habe ich ihn nochmal gestartet, dann ging es auf einmal. E-Ord-Bot. Guck mal da. Ziehen wir den E-Ord-Bot. Gehen wir mal hier hin. Wie soll man den denn hin setzen? Ey, wie die einfach mal ein Kill ungefähr vorn sind. Halten, aufnehmen. Ne, vielleicht. So, jetzt ist hier E-Ordbot-Action, oh. Ey, du musst Kills machen, Alter, wir sind am verlieren. Ja, mach ich mal jetzt mit dem E-Ordbot. Nein. Verlieren wir wegen Maurice. Ja. Habt ihr das gesehen? Ja, einfach weg. Wir müssen mal so Challenges machen. Mal ein Spiel gewinnen. Ja, ich bin ja dabei. Und kann nicht den eigenen E-Ordbot zerstören. Das heißt einfach nur, Alter, was soll das denn? Ich weiß einfach gar nichts was, aha. Ey Junge, steig doch aus dem scheiß Teil aus, du Spasti, Alter. Jetzt ein Gegner. Angehittet. Oh Gott, wie kacke. Wie scheiße das aussah. Der hat mich gekillt, deswegen hab ich das in der Cam gesehen. Wie scheiße das aussah. Also ein Kill vorne, komm jetzt da raus, Alter. Ja, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs hier. Mal hier das iPad weg. Ah, mein Gott. Wie sie, haben wir mal gewonnen. Ja, also. Ah, mein Achisch. Ich weiß gar nicht, was du da wieder zu meckern hast. Du heißt hier eine seite Glitzerfrosch. Haribo Riesen-Erdbeeren. Hä? Ach, ha, 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 ha. Glitzerfrosch-Glitzverlosung Nummer 18. Nur zwei Stunden die große Glitzerfrosch-Geburstags-Sause im Mai. Vier Jahre Glitzerfrosch. 100 süße Verlosungen, wenn es jeweils 2 Stunden dauert 100 süße Verlosungen Könnt ihr täglich 4 Dosen Haribo gewinnen, die, oh geil, die will ich unbedingt haben Boah, wenn ich die nicht hab, dann ist mein Leben vorbei Alter, ich hab bei TV Smiles, meine ganzen scheiß Smiles, die ich bisher gesammelt hab Bei so einer, ähm, konntest du immer so 10 Und ich hatte ja irgendwie über 1000 So 10 Smiles für so einen Playstation 4 Aktion So ein Gewinnspiel Und dann hab ich alle dafür eingelogt Du weißt ja schon eine PS4 Ja, es geht ja darum, dass du eine gewinnst Achso, ich dachte, dass du dann irgendwas da bekommst für PS4 Nee Oh nein, wende sie auch Nee, bitte, wende sie, bitte Wie heißt ein Channel, Kevin Deer Ich weiß, den hab ich auch schon gesehen Und Schnitzel Rubbel Matschies Hütte Nein, komm, die Runde, die wird kacke, Freunde Wie die letzte Äh, das war auch Flutgebiet Und der Glitch wieder voll Hä, was machen sie denn da, der wieder wegglitcht Hä, was flog denn da grad? Ach, ich frag gar nicht Äh, wie lüsen denn der Glitch? So, wir chillen uns dann hierhin Äh, das ist jetzt eine Aufgabe, ne? Hier auf den Dächern zu cruisen Ähm, äh, ich hab schon gar keinen Das ist gar nicht, äh, ach hier Vielleicht wenn er hinkommen wird, Junge Und extra für, für den Eort-Bot kreiert Campy hier, Junge Wart bis hier ein Pisse hinkommt Da war ein Feind Wo ist er hin? Tod? Ne, da hinten Hinterher 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 Eidke Oh, das ist der Sanitäter Oh, stark Bei meiner Abdenkung haben sie ihn gekillt Das ist doch Sind wir hier an der Spitze La Ratsa Na, was kann er auch sagen Na, ihr klein Hallo, liebe Freunde Ja, was lauerst du? Hallo, liebe Freunde Was lauerst du? Lauerst du doch Na, ihr kleinen Spechte Valentin Ramel Valentin, ihr seid essen Ich komme, ich habe lange Haare Das ist Battlefield 4 Oh, das sind die Chinesen, ey, Mann Ah, scheiße Das Beste war immer noch ich und Marco Koi-Koi beim Einwohnermeldeamt, Junge Wie wir uns da die Frau so gehasst Als wir da waren, Junge Wie wir einfach da reinkamen Und dann einfach Marco sagt Warte ganz kurz, was ist das hier? Was soll das? DICE, EA Wer von euch beantwortet mir das? Ich weiß nicht Ich habe es gedacht Und Marco hat es dann ausgesprochen Scheiße, wenn das eine Chinesin ist Mit der wir reden müssen Dann sind wir richtig am Arsch Und wir lachen voll weg Wir kommen da hin So eine Meckis-Verkäuferin Ja, und die Frau ist auch so Die war jetzt nicht hässlich Aber ist eigentlich wirklich hübsch So eine normale Frau Mitte 20, würde ich sagen Anfang 30 Und dann Ich wusste einfach die ganze Zeit so lachen Und dann auch noch so Die Frauen so Ja, Herr Staatsangehörigkeit Außer die Deutsche Und ich dann so Aber etwas zu laut Du bist ein scheiß Kein Ex Und die Frauen So einfach nicht Und die sind voll am Lachen Und dann sind wir dann auch rausgegangen Weil ich einfach nicht mehr konnte Weil wir uns so am Arsch gelacht haben Dann wirst du ich gehe raus Mach die Tür zu Und dann hört der Marco so Und dann bin ich wieder so reingegangen Und dann haben wir das zu Ende gemacht Ey, der steht da mit der Pappkarte Ich war so froh, dass wir raus sind, ey Was ist das? Was ist das? Was soll das? Ich treffe dich dazwischen, Mann Mori ist heller Lassam reicht es mir Ja, ich hab's abgeschossen Ja, red weiter Die Situation war du bereinigt 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 Jetzt habe ich erst mal nichts sagen, Leute Toll Äh, für alle wissen, Leute, was wir da gemacht haben Marco hat seinen Ausweis verlängert Was kostet Beziehungsweise neu angemeldet Stirb, stirb Danke Überall ist ein Sniper Überall ist ein Sniper I don't give a fuck Irgendwo einer Nee, dann komm her Hier schwebt ein Stück Holz und ein Stein in der Luft Ja, das meine ich ja Was soll das? Das ergibt gar keinen Sinn Ey, ich hab noch kein Kill Kann das sein? Es ist so Es ist so Die Map Wie kannst du ein 11 zu 5 haben? Weiß auch nicht Ne Ne Okay, ich hab jetzt ja auch noch nicht wirklich Äh Ey, war die grandiose Waffe, die ich hab Und was spielst du noch? AEK Bö, also Na dann Und bin tot Alkohol ist reinzitiert in der Not Da oben wieder hier Ich Ich Gib auf Ich hab einfach Verloren? Ach, Schatz, das ist vorbei Ich hab voll geleckt Ja, na, ach, jetzt hab ich die AK12 genommen, Mann Die freu dich doch gar nicht Mensch Jetzt einfach mal rein Weg Was, was, alter Was, alter Was, alter Was, alter Was, alter Sehe ich etwa Unsicher aus Ich weiß gar nicht, wie es geht Ich weiß nicht, wie es geht Na, komm Wie, was geht Partner Gänzen und Partner Haben wir auch mit dem Team zum Bart Mein Switch einfach Weißt du, so ein Ding einfach Ist einfach so geil Und dann extra die Tür so Eine Scheiße, ey Boah, nee Ohne Witz Es ist einfach Es ist einfach scheiße Ich muss mich gleich mal nach einem Anderen Spiel Kundigen Mach das Für The Crew oder so Aber Ey, aber dieses Spiel soll mal eigentlich rauskommen, Mann Weißt du, ich hab jetzt so einen Desktop-Hintergrund Das sieht cool aus Weil ich hab gestern schon So weit das Let's Play vorbereitet Weil mir einfach so scheiße langweilig war Ja Obwohl das war Ja, Thumbnail und so Und Banner und Was weiß ich nicht alles Snuffig Jetzt kommt das erst so 2018 Ich hab irgendwie Bock auf GTA 5 Aber das gibt's ja nicht Für Meinen Für unsere Dicken Penisse Für das 3D Was weiß ich Für Masse Ja, da ist die Grafik so kacke Ja, das stimmt Obwohl's ja GTA 5 ist Aber Wenn man hier sowas sieht Und dann NHL oder so Und dann FIFA Und dann So Und wir verlieren hier gerade auch Das liegt einfach nur an der Map Weil Ja, auf der Map ist das doch normal Ja, ja Falls ihr treue Zuschauer seid Und Gibt den Daumen nach unten Ich glaub das war die letzte Runde Mit dem Wesel Da waren wir auch hier auf Blutgebiet Und Hier wird nämlich nur gesniped Du hast 4 zu 11 Ja, was ist das denn? Ich mach grad mal ein paar Kills 4 zu 12 hab ich Na, na, na Da hat er aber hier Guck mal, der Matty B-Web Der hat 15 zu 2 Hier der Sergeant Luke Luke So heißt der Sohn von Frenkel Froslet Ja Ja, Luke heißt der Wie auch sonst Let's Play Trampolin Kennst du das Video? Ja, hast mir gezeigt Junge 5 gesund Ey, nee Nee Ich kack ins Essen Ich brech in die Suppe Wie heißt das? Ey, die haben doch echt nicht mal alle Latten am Zaun Oder alle Tassen im Schrank Krank Krank Ah Frank Ah Butschmann Ah Ah Soll ich FIFA spielen? Ich muss danach auf Ah Fahr zu meiner Oma nach Wesel Gehst du noch mal was essen? Ich komm Heute Abend wieder Dann können wir gerne noch zocken Ah, geh weg! Oh Gott! Oh mein Gott Rage Ich glaub ich fress jetzt gleich erstmal was Kann das sein oder Der andere Motherfucker Das hat nämlich voll mit dem Spiel was zu tun Alko Hey Marco weißt was cool wär? Ich hab mich grad doppelt gehört Was wär cool Äh wenn wir dick wären dann hätten wir schon 100.000 Abonnenten Das ist echt so Am besten noch irgendwie Ein Fisch kommt Dich kriegt man dann schon so gut geschrieben weißt du Wenn du dich anmeldest Dann müssen wir Facecam Videos machen Dann Seht du jetzt Youtube das Und dann direkt so Wenn du automatisch 100.000 Abos drauf generiert auf den Kanal Ich glaub sobald du dich dann registriert hast Kriegst du erstmal Anzeige 100.000 Und so und so viel Klicks Dann kriegst du direkt diesen silbernen Play Button Genau Zugescheckt Und da ist ein Gegner Yeah Dahin ist noch einer Yeah Und wir haben verloren Yeah 66 zu 100 Yay Und dann beenden wir auch diese Folge Ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen Ja Lasst eine positive Bewertung da Und äh schreibt mal einen Kommentar Wenn wir bekommen die welche Weil wir scheiße sind Habs jetzt gar nichts mehr gemacht Ja Nächste Woche Tschüss Tschüss